So mache ich mal so nen Trick Alter, ohne Spass Alter, wie hoch das noch geht Tut mir leid, wenn ich Zwischendurch was trinke, aber Jetzt mein Hals ist so So trocken Und dann muss ich die ganze Zeit husten Und das ist scheiße Alles klar Oh nein, das habe ich mit Kies gefüllt Ich wollte es mit Cobblestone füllen Alter, wie viel Kies Das ist unglaublich Flame, wie wisst ihr, Alter Damit können wir auf jeden Fall unseren Weg bauen Das ist eigentlich auch ganz praktisch Alter Oh, da ist unser anderer Gang Ah, da ist noch was Haben wir jetzt alles? Ne, da oben ist noch was Ups Das wollte ich nicht Ich wollte es Da Alter Was willst du da haben Ne, da Weg mit dir Hier ist noch ein bisschen Da ist wohl noch ein Stück So Ich glaube Wenn man sich mal überdenkt Das hier war alles Kies Diese Höhle war alles Kies Das war alles Kies Oh, nicht was Na, gehen wir mal wieder zurück Und machen mal den Weg Was zeigt die Uhr an? Alles klar Ich wollte halt genau eine Stunde Zehn Minuten aufnehmen Damit ich auch Sieben Folgen habe Für eine Woche halt Und dann muss ich mich halt Eine Woche nicht so arg drum kümmern Dann render ich das Gleich nachdem ich hier aufgenommen habe Und dann Stehe ich es dann auch Morgen oder so hoch Und dann habe ich das So, warte Hier kommt das Eisen rein So, aber das ganze Kies hier So, brauche ich noch Brauche ich noch Ähm Äh Na komm Schaufel Mir ist tatsächlich Dieses Wort nicht eingefallen Das ist unglaublich Dann klettern wir wieder hoch Wir machen den Weg mal Pfff Alter Da habe ich gerade nicht aufgepasst Ach So Okay Achso Kann ich gleich hierbleiben Und den Weg machen So, warte Wie mache ich denn den Weg Ähm Glaube ich mache aus Hier so drei Breite Am Anfang wenigstens Und Mach ich es aus einem Aber das ist ein bisschen klein, oder? Ja Dann mache ich es aus drei Aber irgendwie Es sieht halt irgendwie Erbesten aus Wenn man es einfach so Spontan macht So Wie mache ich es denn Mache ich mal das hier weg Das stört ein bisschen Dann gehe ich hier wieder in die Schräge rein Und dann hier noch ein bisschen runter Dann müsste eigentlich der Weg Eigentlich einigermaßen gut sein Das war gerade sehr buggy Das stirbt davor Das stirbt davor Na los Stirb Stirb Hier bist du eingestellt auf einfach Jawohl Jawohl Das ist noch das Das ist aber auch lang her So So mache ich zu Und dann Das ist noch ein bisschen Das ist noch ein bisschen Das ist noch ein bisschen Alles klar Eigentlich müssten wir an Ähm Kies genug haben Deswegen müsste es eigentlich Hier reichen So Haben wir ja noch Na wir haben ihn noch Ups So Das ist aber ein schöner Weg Kann man auf jeden Fall so lassen Na komm Machen wir hier Okay Das kann man so lassen Dann tue ich das mal hier wieder weg Machen wir es in Kies Und die Erde kann ich auch weg So Vollstände haben wir jetzt auch ganz schön viele Alles klar Ähm Dann ernten wir hier noch Oh ist aber schön gewachsen Also kaum So Und Die Kürbisse Und Dann Damit neigt sich Die Folge Zum Ende Ähm Ja Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und Ja Falls euch die Folge gefallen hat Dann würde ich mich über eine Bewertung Natürlich freuen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft Bis dann Ciao Leute Ciao 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 Ciao